Hey, Internet und... Hallo, YouTube. Willkommen bei Splinter Cell. Ist doch schon wieder das Schweizerdeutsch? Was will ich können? Nein, das ist der russische Quantum. I don't know what I'm talking. Jetzt ist es Englisch. Ich suche die Worte. Schau doch Schlüssel noch, das kannst du doch am besten. Ah, da kann ich... Nein, ich hab ge... Oh! Oh mein Gott. Mann, du hast den Reiz genommen. Warum soll ich die... Leertaste öffnen oder aufbrechen? Ich kann sie einfach öffnen, aber wir wollen sie aufbrechen, oder? Aufbrechen. Oh mein Gott. Ich öffne so die Türen. Oh shit. Okay, das war nicht die beste Idee, die ich je hatte. Oh 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 oh. Da ist noch einer, oder? Ja. Er hat mich! Er wirkt dich. What? Achso, sie wurden entdeckt. Okay. So wurde es gewirkt. Kann man so... Kann man auch so nennen. Ja. Guck mal, wie die... Sind wir bei dir auch so runtergeschwebt? Nee. Bei mir schon, oder? Als ob wir runtergebeamt wurden. Okay, ich weiß nicht, was du für Cheats... Stimmt. Ich benutze keine Cheats. Hinter der Wand sind es sechs Gegner, links neben dem Fenster sind drei, und da hinten steht noch einer. Oh. Ähm... Ich hab's vermutet. Das ist der Agentensinn. Ja. Darf ich jetzt... Darf ich jetzt durchs Loch gucken? Durchs Loch... Durchs Loch gucken. Das ist ein großes Loch, was du jetzt gemacht hast, zum Durchgucken. Scheiße. Hab's verlernt. Ich hab's gerade schon wieder versaut, wie im vorigen Part. Mann, versau du mal was wieder, ne? Okay. Das ist voll unfair. Haha. Gleich, gleich. Noch einmal darfst du... Ich lass dich einfach vorgehen. Mach. Das ist wiederum sehr schlau. Wir können das Licht ausschalten, aber das machen wir nicht. Hm... Nein. Das sind die Drehtüren. Und gehen wieder zurück. Gut. Ein guter Plan, der gefällt mir. Haha. Naja, du wirst später merken, was das für einen Sinn hat. Oh, den können wir ausschalten. Links ist alles leer. Komm, schnell rein! Komm! Du brauchst immer so eine elegante Drehung dabei. Ah. War früher mal ein Ballettkurs. Lange Geschichte. Hm. Bleibt und Taus. Wann? Gestern? Wie immer? Lange Geschichte. Ach so. Unter uns YouTube. Richtig. Okay. Vergesst nicht, dieses Video zu teilen und zu sharen auf Facebook. Dankeschön. Hm. Fiat. Moment mal, nein, tut's nicht. Oh, ja. Scheiße. Das ist schon zugestimmt. Hm. Kannst du auch einen Spagat? Erzähl mal ein wenig was davon. Ob ich einen Spagat kann? Ja. Das zeige ich dir später. Oh mein Gott, das wollte ich schon... Lass mich... Wie kann ich jetzt durchs Loch gucken? Du kannst nicht durchs Loch gucken. Warum nicht? Nein, das ist verboten. Aber du kannst das. Du hast gelogen. Richtig. Ich glaube nicht, dass du durchs Loch gucken kannst. Ich guck grad drunter durch. Das ist immer kein Loch. Scheiße. Äh. Okay, tritt sie ein. Äh, warte. Nein, nein, nein. Ich will die Tür aufbrechen. Letzte. Du lügst mich an. So sieht's nämlich aus. So. Okay. Hier ist... Alles sauber. Aber echt sauber. Ah, wir können hier durch die Tür. Oder den Boden an. Kein einziger Staubkrümel. Warte, ich schau mal drunter durch. Das... Warte! 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 Wegen der Tür da. Die gar nicht existiert hat. Mit der ich dich eigentlich verwirren wollte. Okay, könntest du aufhören, die Pilze zu nehmen, wenn wir aufnehmen? Okay. Punkt, warte. Chill später, okay? Okay. Alles schön. Easy, minzy. So. Tja. Oh. Der Oberstatt hat einen Anruf... Woaaah! Oh, da... Krasses Zeug. Wichtiges Gespräch. Sie sind doppelt. Was? Was? Komm wieder runter, komm wieder runter, Mann. Okay. Nimm den Abtörner. Den Abtörner? Schau mich. Nee. Ordner, Bild, Quantum. Oh. Oh. Der Ordner ist leer. Ach, verdammt. Richtig abtörnend. Ja, siehst du, das tönt mich ab. Ha. Hab ich nochmal gewendet. Okay, pass auf, jetzt mach ich den fertig. Okay? Ich brauch keine so eine Drehung wie du. Ich hau einfach in die... Ja, weil du's nicht... Ich bin halt die einzige Prinzessin hier. Ja, die Palettprinzessin, wie wir wissen. Ich. So, hier rechts war einer, ne? Du musst einen Lieblingsfilmen. Ich meine Winzel. Nennst du dich dann Baby? Ah, okay. Ich nehm das einfach als Kompliment. Ja. Dirty Dancing, aber gut. Dirty. Dirty Dancing? Oh, yeah. Das war sehr nett. Ich hab die Lichter auf. Und du wirst gleich... Killing die Leute. Du sollst nicht das Licht anschalten, du hast es versaut. Nur fürs Protokoll jetzt, YouTube. Oh. Oh, man darf ja keinen ausschalten. Ich hab das Licht ausgeschaltet. Ah, Mann. Scheiße. Du darfst ja gar nichts ausschalten. Verdammt. Alright. Sehr gut, danke. Jetzt kann ich mal wieder was versauen, dann. Ja. Siehste? Jetzt haben wir es ausgeglichen. Super. Okay. Ne, sind wir aufgeflogen, oder was ist los? Hat er nicht gesagt, jemand hat das Licht ausgemacht? Das doch... Oh mein Gott. Wir können uns diese Vasen auf den Kopf setzen. Welche Vasen? Na hier, da drüben. Ich seh keine Vasen. Warte, ich schieß drauf. Oder Bambus? Was? So, okay. Den Typen links erstmal ausschalten, alles klar. Den kriegst du. Komm, schau mal in die Ere. Oh, jetzt hast du auch die Drehung. Ja, ich... Ach. Ach, sieh an, wenn ich mal nicht hinschaue. Versuch das. Du Scheiße, voll der Nachmacht. Warte, die Richtung ist anscheinend blöd. Ne, du hast nur das Licht ausgeschalten, deswegen war das blöd. Genau, richtig. Ist das was... Warum sollten wir hier überhaupt... Ich geh mal hier. Bapp, 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 bapp. Alles easy. Okay. Ist das der einzige? Er geht weg. Okay, gut. Gut. Alle gehen irgendwann. Mhm. Und jetzt ist er mit... Ich trau... Er ist immer noch weg. Er ist immer noch weg. Ich weiß nicht, wie dieses Sonar-Ding funktionieren soll. Das Sonar? Ja, irgendeinem... Was weiß ich? Ich bin ja kein Delfin. Also ich... Genau, daran liegt's. Ja. Wir sind kein Delfine, Leute, deswegen geht's nicht. Tut mir leid. Okay. Machst du auf? Ich guck erst mal unten durch. Ja, 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 ja. Oh Gott, er kommt, er kommt, glaub ich, oder? Er verrät mir das Geheimnis nichts. Nein. Ah! Ah! Ich bin zu langsam! Es tut mir leid. Nein! Wie gefällt dir das? Du hast zu lange gespechtelt. Nein! Oh, 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 oh Gott. Du hast zu lange gespannt. Ich... Allein deine Schuld. Du musstest das sehen, was ich da gesehen habe. Dann wärst du auch da erstmal eine Zeit lang verweilt. Ja, ich hab genau gesehen, wie du irgendwas unter die Tür durchgeschoben hast und so durchgucken konntest, aber... Oh Mann, gibt's da nicht irgendwie so einen Schacht oder sowas? Ja, echt, in jedem Spiel gibt's einen Schacht. Echt? So hier nicht. Bestimmt unter diesem Gemälde hier. Total unrealistisch. Uh! Hör auf! Kleine Balletteinlagen hier zu machen. Oh, 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 oh. Okay. Mach ihn kaputt, bitte? Ja. Mit Drehung, du kleiner Angeber, du. Huss! Bedrohung ausgeschaltet. Ich stell mir das vor, wie du das im Röckchen machst. Diese Drehung. Mit den Armen. Oh, äh, über mich. Genau. Ja. Während ich eine Pirouette mache. Lalalalalala. Das ist vergangenheit, vergangenheit. So, der Typ kommt jetzt von da rechts. Genau, da steht er am Vers. Oh, der kommt. Okay, und zurück. Und zurück. Warte, er sieht mich nicht. Ich stell mich gerade... Tod? Hm, ja. Die Klo-Position. Ja. Er denkt sich, hm. Eindringling? Nein. Nur Personen, die gerade groß macht. Kein Problem. Kein Problem. Solange sie nicht schießt. Ich mache jetzt hier die Tür auf. Hier müssen wir doch lang. Aber da war einer, da war einer. Wo? Ich weiß es nicht. Stimmt, hier rechts ist einer. Wir können jetzt auch auf den anderen Typen warten und dann ihn im Nahkampf ausschalten. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Und der Typ kommt zu... Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Oder ich weiß es nicht. Komm hier in die Ecke. Er sieht dich gleich. Ich kann nicht auf dich drauf. Jesus Christ. Die Drohung neutralisiert. Okay. Oh mein Gott, Gott, und dann habe ich Reflexe wie eine Katze. Ja. Du hast mein Leben gerettet. Gott. Mein Paypal-Konto kennst du? Ja, das kenne ich und... Gott, dann... Guck mal. Drahtkartoffeln. Was? Alien-Eier. Scheiße, wenn wir den da hinten jetzt ausschalten. Werden wir gesehen? Oder nicht? Wow. Oh, die Musik war... Wuiuiui. Wuiuiui. Komm, ich trau mich. Ich trau mich. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Da drüben sind... Leute! Die bringen dich gleich um. Viel zu viele! Wollen wir eingreifen? Pass auf! Wir müssen eingreifen! Oh! Oh! Eingreifen! Wir dürfen sie töten! Wen? Ich habe hier nur X! Alle! Nein, es geht nicht! Lüge! Ja! Ja! Nein doch! Oh, tut das gut! Tut das gut! Wir müssen eine Notverriegelung auslösen, um ihn in der Botschaft festzusetzen. Auf der anderen Seite der Büros ist die Botschaft, das würde jetzt nicht die Sicherheitszentrale. Und dann schnappen wir einen Beikopf oder seine Ware. Okay, für was tue ich mit der Schalldämpfer hier noch rum? Ich meine... Das wollte ich auch nicht. Hat... Hast ihn! Sehr gut! Den einzigen habe ich auch getroffen. Immerhin! Immerhin! Ja, taktisch! Taktisch! Richtig! Taktisch! Ich schleiche jetzt wieder! Verdammt! Nein, ich schleiche! Ich bin ganz still! Wow! Bob! Wir erkennen den Hinterhalt! Was für ein verdammtes Genie! Was ist denn jetzt hier? Was blinkt hier? Was? Nix! Keine Ahnung! Wieso hast du eine 2 über dir? Wie 2 über mir? Über deinem Kopf ist eine 2. Ist über meinen Kopf etwas? Ach, du kannst zwei Leute markieren! Bei dir ist eine 2! Echt? Ich bin die Nummer 1! What the fuck! Ah, ich glaube... Du kannst jetzt Leute markieren, ja! Ja, sicher! Kann ich! Theoretisch! Praktisch! Keine Ahnung! Mit Kuh! Einfach Kuh! So... Äh... Was? Wo müssen wir hin? Äh... Wo ist die Meternzeige? Dankeschön! Ich kletter jetzt einfach hier auch! Ja! Hallo! 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 So! Gott, ich glaube die haben gemerkt, dass es eine Falle ist! Ich sehe es! Aus! Da kann man nichts... Wo er macht? Hochzentrale laden! Was? Sicherheitshochzentrale! Laden! Daraus sollen wir etwas laden! Nee! Aus! Sicherheits... Aus! Sicherheits... Was? Ihr habt es mit Profis zu tun! Ich verstehe es nicht! Ihr habt es auch mit Profis zu tun?! Oh Mann! Oh Mann! Da ist eine Kamera! Mein schlimmster Fall! Ich töte sie! Ich töte sie! Oh! Danke! Beinahe hatte ich schon angefangen nebenbei Amnesia zu zocken! Das ist einfach so! Weißt du? Weißt du? Ich kämpfe sehr! Das ist vor der Amnesia! Ähm... Das sind die! Kämpft ihr nur gegen Kinder?! Wir erkennen einen Hinterhalt! Die spielen das Spiel nicht mehr! Ich untersuch den Kaffee hier! Mach du mal weiter! Ja! Du hast den Kaffee verschüttet hier! Nein! Hier! Ich kenn mich aus! Leerdaste! Computer hacken! Achso! Ja! Hack dich rein! Brauchst meine Hilfe! Download! 6.exe! Hab ich schon oft gemacht! Ich... Was? Ach nichts! Nein! In der E-Mail steht das doch! Download! Free Access! Und dann instelle ich das und... Hm! Ja! Hast du deine Kontodaten eingegeben eigentlich? Jaja! Das muss man! Das muss man! Sonst geht hacken, nicht? Nee! Ich kenn mich aus! Also wenn ihr wissen wollt, wie man hackt, dann äh... Schreibt uns eure Kontodaten! Lass mich hier auf! Was ist hier los jetzt? Ich weiß nicht! Die schießen auf uns! Ich glaub die mögen dich nicht! Ich gehöre nicht zu Quantum! Ich gehöre zu euch! Die mögen keine Hacker! Oh mein Gott! Bist du tot?! Nein! Schon okay! Wer hat dich erschossen? Ich weiß nicht! Ich bin glaube ich gefallen! Du bist gestolpert! Mein Gott! Mein Gott! Pass doch auf! Oh! Wow! Du hast die Punkte! Deswegen hast du so viele Punkte! Wieso einen Punkt? 400 Punkte fürs Wiederbeleben! Echt? So! Weil du mich immer wiederbeleben musst! Bäm! Au! 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 Das hab ich nicht erwischt! Ich blute! Au! Au! Du hast doch nen Tampon da neben dir liegen! Ha! Insider! Haha! Scheiße! Äh! Gut! Du hast die Leute gefragt! Was hat das mit diesen Tampons auf sich? Ah ja! Jetzt hast du wieder irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt! Gott! YouTube! Spekuliert! Ja! Was ist noch dieser Quatsch mit Tampons? Ich! Ich brauche einen Tampon! Warte! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Könntest du mir eins geben, bitte? Ich... Verblo... Warte! Ich gib so ne neue Art von Tampon! Aber nicht das XXL von dir! Hahaha! Was soll das heißen? Ja! Ich... Meine... Du bist ja ein Partygirl, wie wir wissen! Ah! Jetzt bin ich dran! Warte! Oh! Oh! Ja! Nice! Gestorben! Pass auf! Du bist gestorben? Nein! Nein! Wir können uns gegenseitig aufrichten! Und... Oh! Nein! Gott! Aber wo fangen wir jetzt an? Ab jetzt sind Beikopfs Wachen offiziell als Ziele eingestuft! Nein! Das geht doch! Es geht! Aber muss nicht! Wollen wir schleichen? Naja, ich denke, das machen wir professionell im... Was? Du kannst dich da aufhören zu töten! Ich bin von allein losgegangen! Ich hab sie einfach... Hast du sie wieder gereinigt und... Oh mein Gott! Richtig! Und dann... Ja, sorry! Also, bis zum nächsten Tag! Bis zum nächsten Mal! Auf jeden Fall! Tschüss! Tschüss! Viens einfach mit den nächsten Mal! Tschüss! 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 Ich bin perfekt. Ich bin kid. Äh... Tschüss! Ich bin Kantor! Bes cherche있는yscy.,